Liebe Brüder und Schwestern, Jesus stellt also jetzt den Hohenpriest, den Schriftgelehrten eine Frage, so in einer Art vergleiche sein Vater mit zwei Söhnen. Und wir kennen das, was so in Menschen möglich ist. Auch wir selbst haben ja diese Möglichkeit zu sagen, ja, ja, ich werde das tun. Oder wir können auch stuhl, bockig sein und sagen, nein, ich will nicht, ich habe keine Lust und haben alle möglichen Ausreden. Und das, was wir tun und das, was wir sagen und tun oder respektiv, was wir sagen und nicht tun, das hat selbstverständlich Konsequenzen in unserem Leben. Und wenn unser Herz nicht zu sehr verhärtet ist, dann spüren wir, so wie die Schriftgelehrten, wie die Pharisäer, spüren wir genau, was die richtige Antwort ist, wenn Jesus sagt, wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt. Sie wissen es, wir wissen es, wer den Willen des Vaters erfüllt hat. Da braucht man keine langen Studien hinter sich gebracht zu haben, möchte ich mal zeigen. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus traut unserem Herzen zu, dass wir wissen, was recht ist. Er traut das auch den Schriftgelehrten, den Hohenpriestern zu. Und wenn er dann sagt, ja selbst die Zölln und Dirnen, sie haben es verstanden, sie gehen eh in das Reich Gottes hinein, dann sagt Jesus das nicht nur an seinem Vorwurf. Er sagt es auch mit einem Schmerz in seinem Herzen, weil er möchte auch die Hohenpriesten, die Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzeer, wie auch immer sie jetzt heißen, die Professionellen sagen ja mal, er möchte sie mit in das Boot der Liebe Gottes hineinbringen. Er ist gekommen, um alle Menschen zu retten. Und es schmerzt ihn, wenn wir bedenken, mit welchem einfachen Beispiel Jesus versucht, diese gebildeten, hoch gebildeten Personen zu überzeugen. Und sie wissen die Antwort. Und wenn sie dann nicht reagieren, das Evangelium nicht annehmen, wie tragisch, wie dramatisch ist das eigentlich? Liebe Brüder und Schwestern, wer wie der zweite Sohn sagt, ich bin nicht. Und dann später bereut, in dem ist das Herz noch nicht gestorben. In dem ist die Liebe noch nicht gestorben. Da brennt noch ein Feuer. Der merkt, ich habe jetzt jemand traurig gemacht. Irgendwann schon länger her, in einer anderen Pfarrei, hat eine Person zu mir gesagt, Herr Pfarrer, Sie predigen über Sünde und so weiter. Ich kann nichts damit anfangen, mit Beicht und da, da, da. Und ja, dann habe ich ein bisschen weniger über Sünde und über Beicht gepredigt, was sicherlich richtig war. Irgendwann habe ich wieder den Mut in meine Hände genommen, habe mal wieder über Beichte und über Sünde gesprochen. Und dann ist mir, habe ich Folgendes gesagt. Der Herr hat mir das so eingegeben. Sünde ist, wenn jemand wegen mir traurig ist oder wenn ich jemand traurig gemacht habe. Das ist Sünde. Ich schade jemandem. Ich mache jemanden traurig. Nach diesem Satz, nach dieser Predigt ist die selbe Person, die sagt, es sei gestümmert. Herr Pfarrer, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, was Sünde ist. Ich habe auch Sünde. Ich hätte das nie gedacht. Von mir selbst hätte ich das so nicht, wenn ich auf den Gedanken gekommen bin. Aber wir verstehen, dieser jüngere Sohn, er sieht, wie der Vater leidet. Er spürt, dass er seinen Vater enttäuscht hat. Und das bricht auch ihm ein Stück, das Herz. Oder wir müssen sagen, das bricht sein Herz auf. Und er spürt jetzt auch die Zerborgenheit des Herzens vom Vater. Und jetzt will er den Vater trösten. Und er sagt, ich habe es zwar so gesagt, aber ich werde jetzt trotzdem tun. Vielleicht am Anfang so ein bisschen, ja, dann muss ich das halt tun, so ein bisschen Pflicht. Aber ich bin überzeugt, dass später auch die Freude gekommen ist, dass er dann aus Freude seine Arbeit getan hat. Warum? Weil er gesehen hat, ich bereite meinem Vater eine große Freude. Und er tut nicht nur den Willen des Vaters. Das wäre Pflichtchristentum, sage ich mal. Aber Liebeschristentum, zu dem möchte Jesus uns hinbewegen und immer tiefer, immer tiefer. Und wer bereut, liebe Brüder und Schwestern, wer echt in seinem Herzen bereut, wem er schmerzt, wem er zweit tut, dass er jemand anders traurig gemacht hat. Und der den Weg der Umkehr geht, der um Verzeihung bittet, Gott den Vater, auch Jesus, wer auch, so wie es möglich ist, seinem Nächsten dann auch um Verzeihung bittet, der braucht sich nicht schenken. Eigentlich ist der Sinn. Im Psalm 51, den Bußpsang, sehr bekannt von David, nachdem er Uriah, nach dem Ehebruch mit Bathsheba, der Frau des Uriah, den Uriah hat töten lassen, da bereut er. Und er betet, und er betet zum Herrn, der schreit zum Herrn. Und aus seiner Erfahrung heraus, schreit er und weist er, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschwenden. Ist das nicht wunderbar? Gott wartet darauf, dass wir umkehren, dass wir bereuen. Und das ist seine Gnade. Und diese Gnade, die sollten wir annehmen. Und das sind diese feinen, feinen, wie soll ich es sagen, Anrufungen Gottes in uns, wo wir uns etwas spüren müssen. Diese Traurigkeit und diesen Schmerz, dieses Leid spüren müssen. Und wenn dann ein paar Tränen gebuckelt kommen, sagt er, so gut, wenn ein paar Tränen, ist okay, braucht man sich nicht zu schämen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die Nachricht von heute. Und wenn wir dann jetzt auch noch Zephania hinzulesen, was dieser kleine Prophet dann gesagt hat, dann sagt Gott folgendes, Ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges, ein armes Fond, das seine Zuflucht sucht beim Namen des Herrn und nicht in seinem Stolz verbittert, verharrt. Bitten wir Gott um die Gnade, dass er immer wieder unser Herz berührt und uns diese wahre Heu schenkt, damit wir ganz, mit ganzem Herzen und mit Liebe und Ausliebe ihm dienen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes. Überselges Im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes.